Im nächsten Park, hey! So, nächster Park! Hey ho! Schöne Musik! Oh, da schieb ich mich wieder durch, hey hey! Schade, jetzt habe ich gedacht, jetzt schieb ich mich durch und dann sowas. Oh, das geht doch nicht. Es ist mir nicht vergönnt, dass ich hier schiebe. Oh, das geht doch nicht. Ich sterbe ich eigentlich, wenn ich auf die Schiene komme. Ja. Also, wie ist die Musik schön? Hört ich die eigentlich gut? Welch schon. Ich verstehe das nicht, dass man immer so Tiere töten muss bei Super Mario und so. Ist eindeutig niemand von Peter oder sowas? Ich verstehe das nicht, dass man immer so Tiere töten muss bei Super Mario und so. Oder Greenpeace oder so, der hätte sich Spiele geprogrammiert. Hat. Ja, die Level hier sind im Moment recht langweilig. Muss ich sagen. Und da wäre es das. Und da das so langweilig ist, ist es jetzt auch das letzte, was ich jetzt für heute aufnehme. Ich habe euch nämlich schon ordentlich aufgenommen. Das wisst ihr gar nicht. Ja. Nee, das sehen wir jetzt im nächsten Part. Tschüss. Tschüss.